Hallo zusammen, ich befinde mich hier in Suramar und mag euch die Weltquest Mächte der Unterdrückung zeigen. Die spielt sich in diesem Gebiet hier ab, also ein ziemlich großes. Ich starte von hier aus der Mitte aus, wo man in der Stadt hineinläuft, also da oben und dann einfach die Treppe hinunter und dann laufe ich in dieses Gebiet. Hierbei darf ich Wachen und Dämonen töten und es ist fast alles was sich in diesem Gebiet aufhält. Wie man sieht, die Mobs zählen dazu, gleich mal töten. Oh, ich glaube jetzt habe ich mir zu viel zugemotet. Oh, das ging gut. Coole Sache. Dann verwandle ich mich und ihr seht, während ich verwandelt bin, sind die Mobs so aus, die für die Weltquest zählen. Und es lohnt sich nicht, nach jedem Mob die Mascara neu zu benutzen, weil man meistens sein Mob nach dem anderen tötet. Euer Schicksal ist besiegelt. Ich bin schon bei 58%. und hier ist es auch schon bei 58%. Ich bin schon von 50.000. Das ist klar, ich bin schon von 50.000. Und das ist wirklich das, was ich Infos zählen. Und das ist gut. Also ca die flare-rechte Fett. Und dann ab, also zu Hause und dann ab. Dann ab. Und dann ab. Und dann ab. Und dann ab. Die journals die ganze Zeit. Und dann ab. Und dann ab. Und dann ab. mal schauen ob ich was zu essen hab dachte ich hätte was dabei dann halt nicht bin ja schon bei 76 prozent 94 das war jetzt aber knapp ich suche mir noch eine einzelne wache also wie ihr seht ist es ein großes gebiet wo man die weltquests leidigen darf auch nicht gut immer die truppen der großmagistriks vorstoß wir werden sie aber ich habe es noch geschafft auch das sind zwei mobs jetzt bin ich noch gestorben aber das ist egal hoff ich konnte euch helfen ciao